Das Wallis. Für viele ein Sehnsuchtsort, geliebt von Wanderern, Touristen und Erholungssuchenden und für mich seit kurzem neuer Lebensmittelpunkt. Valet4U hat mir diesen Schritt sehr erleichtert. Die vielen Informationen auf der Webseite waren für mich wie ein Handbuch zum Leben und Arbeiten im Wallis. Auch bei der Wohnungssuche wurde mir geholfen. Und durch die Nähe und Vielfalt von Betreuungsangeboten sind meine Kinder in guten Händen. Das hat uns bei der Organisation unseres Familienalltags entscheidend unterstützt. Ich wurde gut aufgenommen, habe ein cooles neues Team kennengelernt und interessante Arbeitsbedingungen. Auch in der Freizeit konnte ich durch die Welcome-Events von Valet4U spannende Freizeitangebote entdecken. Und ich habe sogar schon ein paar Worte Valisserdeutsch gelernt. Fertig zusammen! Nach der Rekrutierung ist natürlich die Integration in der Jou-Oberwolle sehr, sehr wichtig. Was können wir machen, um die Zuwanderung von Fachkräften aktiv zu fördern? Mit Valet4U geben wir regional die Herausforderungen aktiv an, natürlich mit anderen Unternehmen und mit den Gemeinden. Durch die vielfältigen Angebote ist unsere Familie im Oberwollis angekommen und inzwischen auch in tollen Vereinen tätig. Dank Valet4U werden die Zuzüger und Zuzügerinnen auf ihr Weg vom ACHO begleitet. Von dem profitiert nicht nur die ZARA, sondern die Gesamtregion. Rekrutierung. Untertitelung. BR 2018